viele dieser senioren haben lange auch schon alleine gelebt vorher in ihrer wohnung oder in ihrem haus und müssen das auch wieder lernen und musik ist da eine gute brücke lebensfreude pur energie strahlen in den augen man hat es ja heute in vielen facetten gesehen die haben sehr viel spaß gehabt auch die mitarbeiter auch die schüler klar auch für die war das wo pflegeheim geht sowas cool richtig richtig gut hat mich mit sehr großer freude erfüllt wie viel energie da auf einmal wach wurde honorar aushandeln ich brauche kein honorar ich bin rentner ich muss das ja alles angeben wir fanden das begeisternd schön und ich habe noch selten so viel schönen krach erlebt wie die und der rhythmus von ihrem kann man vor dirigenten vor turner sagen der reißt einem einfach mit gemeinsam eine gute zeit verbringen und das vor allem ohne zwänge ja und dann auch ohne darauf zu achten wer kann was wer hat welche fähigkeiten also man hat es heute denke ich gut gesehen wir hatten einen ganz großen fähigkeiten mix kognitiv wie motorisch und das war sehr schön zu sehen dass trotzdem alle sehr gut miteinander interagiert haben das war super wie wie fanden sie das wir gerade gemacht haben eigentlich zauberhaft schön und gut und begeisternd also du wenn noch mal was ist dann musste mitmachen und schon bin ich da auftritte wahrzunehmen wie das meine bewohner machen in der öffentlichkeit oder eben auch hier selbst solche sachen auszuprobieren das ist aus meiner sicht nicht selbstverständlich sollte aber viel mehr gemacht werden was bringt es meinen mitarbeiter neue zugangswege können es sein sie müssen sich natürlich darauf einlassen das ist die größte schwierigkeit sie dafür zu begeistern aber wenn sie das einmal mitgemacht haben wie das heute auch einige gemacht haben ist es eben wirklich an einem zugewinn an fähigkeit interaktion zu betreiben das ist ganz ganz wichtig mir hat das einfach gut getan trommeln macht frei erdet ich muss an so viele sachen denken und einfach mal nur raustun gehen lassen hervorragend könnte ich jede woche gebrauchen marmurt stein und eisenbricht das war sogar das hat mir heute gefallen das hat mir noch nie gefallen das war meine stimme ja freuen uns dass sie da waren und machen das beste draus und werden sie bekannt noch bekannter